Hallöchen, einen wunderschönen dritten Advent und auch logischerweise ein Sonntag. Großes Päckchen Nummer 13 und wir haben, au, etwas Spitzes, wieder einen klein aber feinen Schraubendreher, ein 2,5er Schlitz, das ist jetzt auch schon der dritte neben den Phasenprüfer und man sieht hier wieder schön, das sind zwei unterschiedliche Materialien, wirklich schön, schön, schön gearbeitet, dasselbe wie bei den anderen, mit diesen Dräken auch für die Handfläche, zum besseren Arbeiten, also richtig schönes Teil wieder, wow, das Werkzeug macht echt Bock was damit zu machen, kein Scheiß, so, das war es dann schon wieder, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ciao!